Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ähm, bei uns habe ich das, wie ihr seht, schneidet es. Und heute machen wir den Schnee aus. Gestern habe ich halt nur mit Pfeffer ein bisschen mitgesinnt. Heute gehen wir auch ein bisschen ausreiten. Ja, ich bin heute mit Fee unterwegs und nur mit, ähm... Also nur mit Halsring und wir... oder hier sind auch Hühner. Ich wohne nämlich sehr ländlich. Und ja, heute gehen wir nur ein bisschen ausreiten. Es sind so viel, weil es sind ca. Minus. Und Leute, ich finde den Schnee mega geil. Ja, gestern habe ich einen TikTok mitgenommen. Wir gehen hier ein bisschen ausreiten. Und ja, hier in der Nähe ist auch ein Fluss, deshalb... Ich weiß nicht, wie lange ich drehen kann, weil mein Akku ist auch weit leer. Ist ja irgendwie immer nur, wenn mein Akku leer ist. Entschuldigung, das ist jetzt drei Tage im Video nicht mehr, aber wir haben... Und ich hatte mir das jetzt nicht so viel Zeit. Und das sind unsere Fußschuhe noch, glaube ich, denn gestern. Weil ich war mit einer Freundin gestern mit dem Hoppy Hawking ausreiten. Und deshalb, ja, heute werden wir nicht so extrem viel machen. Klar, weil Leute, es ist kalt. Und wir werden jetzt mal ein bisschen andraben hier. Wir waren ja auch hier im Sommer, Anfang Herbst und Herbst. Hier, so sieht es aus. Und, ja, wir werden ein bisschen aufein gehen. Bis dahinten irgendwo. Und das Arschteil, Leute. So, Leute. So sieht es jetzt gerade aus. Hier ein Fußsprung. Weil ja, fast jeder ausreitet. Geht. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Wir müssen aufein zu gehen. Weil ich hier wohne ja auch ein Dorf. Wir werden eigentlich nicht so lange im Video. Ich aber auf jeden Fall. Am vollkrieg mit. Hier ist hier ein bisschen Schritt, weil... Wir können eigentlich gleich eine Wiese, wo wir rein können und aufein gehen. Und so weiter. Okay. Deshalb. Ja. Tut es mir leid. Hier ist nicht alles fertig. Und, ja, so sieht es aus. Und, ja, ich hatte hier ein bisschen... Also, ja, ich hatte hier ein bisschen ein paar Kena. Aber, Leute. Egal. Ein Happy Haar schon, Leute. Ähm. Mehr Holste, die ich. Ich würde mir auch gerne unten in den Kommentaren schreiben. Äh, ja. Ich werde jetzt mal bis dahinten antraben. Oder draben. Ein bisschen den Berg. Und, ja, ich höre Musik dazu. Ein Berg. quase gar will. Egal. Ja. Quick homepage. Angefahr. Now, ich höre mich dazu. Ok. Oh. Das war's für heute. 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 Ich bin jetzt in diesem Feld. Ja, gekommen. Ich hab's hier auf das Bild. Ich muss noch mal nehm. Ja, ich werd jetzt mal gucken. Vielleicht nehm ich ja nicht mit. Eigentlich nehm ich hier hoch. Aber... Keine Ahnung. Ich werd's mal gucken. Äh, wo wir lang reiten. Ist ja schon den Ort eigentlich sehr gut. Da ist ja scheiß kalt. Nun Leute. Hier ist alles scheiß nass. Und... Äh, ja. So Leute. Ich werd jetzt hier aufs Takt gehen. Weil es ja eigentlich geil ist. Okay, ab! 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 Ich werd nur ein bisschen Öl reiten. Ich darf halt nicht zu weit. Alleine. Weil ich bin echt ein paar Minuten in der Hübe. Es kann wir fern. Ja, es sieht unsere Aussicht hier aus. Ja. Unsere Husten sieht es nicht. Äh, ja. So, dann ist es ein bisschen aufräumen. Oh, das ist auch kalt. Ja, doch, weil ich hier jetzt nicht halb mehr ist, wenn ich halb so eine Hunde. Leute. Doch, man sieht unsere Fußpulen. Ja. Leute, es ist einem noch geil geschnitten haben. Also hinschlechen kann ich jetzt nicht, wenn es zu kalt ist. Und, Leute, hier sieht man die ganze Aussicht, wo ich mein geworden bin. Ja, ich werde jetzt bis dahin galoppieren. Und dann gehen wir hier runter wieder. Und gehen wir wieder lang, weil da oben waren die Schäumungen. Das ist die Mängelheit. Das ist irgendwie Ausritt, die wir haben. Und ja, ich werde bis hier. Ja, hier. Bis dahinten. Bis dahinten. Bis dahinten. Bis dahinten. Weil meine Finger, Leute. Und die Daffer hier. Hinschlechen sollen. Und, ja. Sie werden uns schon mal anhaben. Und dann lassen wir die Schuhe wieder gehen. Und ja, jetzt müssen wir jetzt mal schuhen. Oh mein Gott, Leute. Wir wissen nicht, wie ich... Ja, hallo. Hallo. Alles gut. Hoffentlich sei es soweit. Ja. So, dann gehen wir. Jetzt wird das fliegen. Weil ich hier halt eben nicht so viel... Keine Ahnung. Okay. Äh, ja. Ja. Ich muss einen Stopp machen. Weil... So, Leute. Ich kann euch leider nicht mehr auf dem Rückweg mitnehmen. Weil mein Akku leer ist. Und ich muss leider in diesem... Also in... Jetzt... Da hat das Video beenden. Und ich kann auch sagen, lasst gerne da mal um. Da vergesst ihr keine Sange. Und so, Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.